Wenn man entführt werden würde Bitte tun sie uns nichts, wir flehen sie an Ich will nicht sterben, bitte lassen sie uns gehen Beste Freunde Hey, wieso lacht ihr die ganze Zeit? Ist das ihr Messer? Natürlich ist das mein Messer Gab es das nicht größer? Reicht euch um die Kehle aufzuschneiden Reicht euch um die Kehle aufzuschneiden Ihr haltet jetzt besser die Schnauze Okay, letzte Frage Sie sind Single, oder? Woher weißt du das? Weil sie hässlich sind